Okay, wir müssen, ich brauche nochmal, ich brauche Herzen. I need Harz, 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 Harz. Okay, jetzt erstmal Harzen gehen, ey. Töte dich selbst, töte du dich auch selbst. Ja, die geben mir halt einfach nichts. You give me nothing. Uh. Warum kommt da keine Herzen raus? Ist das euer Ernst? Wow, Rubine, danke dafür. Die brauche ich halt gar nicht. Okay. Was ist mit ihr? Was kann die nochmal? Die hat mir irgendwann mal was gegeben. Äh, ja, okay, gib mir ein Geheimnis. Alter! Geheimnis voller Balsam! Oh mein Gott! Und die Herzen werden aufgefüllt. Die ist OP. Die Tante ist OP. Okay, denn, äh, Leute, dieser fucking Balsam hier, diese komische Creme, die macht einfach Wiederbelebung. Hi meine Freunde, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 3 und hinter diesem Türchen verbirgt sich der Kanal Game of Jones. Hinter diesem Kanal steckt der liebe Jonas und auf seinem Kanal geht's, wie man sehen kann, hauptsächlich um Videospiele. Neben Let's Plays tut er aber auch auf Twitch streamen und neben dem üblichen Let's Play Content gibt er auch mal ab und zu News-Beiträge, die man hier jetzt auch noch gleich im Video sehen kann. Oh mein Gott! Zudem hat er angemerkt, falls Leute Interesse an Viewer Games haben, er hat auf jeden Fall Interesse dran, könnt ihr euch gerne bei ihm melden. Seinen Kanal, Link findet ihr als Link natürlich in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem restlichen Video und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Türchen. Also dreimal rechts, dreimal rechts, einmal hoch, dreimal links, einmal hoch. Also einmal, zweimal, vor der Sonne. Es ist wieder Freitag, das bedeutet, ich stelle euch wieder ein paar kostenlose Spiele vor. In dem Sinne viel Spaß und wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir mal in die Comments, welches Spiel ihr am besten und welches am schlechtesten findet. Die Links zu den Spielen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Die Links zu den Spielen